hallo grüße euch wie immer aus dem schönen paraguay heute etwas bewölkt ihr seht ich bin der pit und herzliche grüße aus paraguay noch mal vielen dank für eure fragen und ihr fragt immer wieder pit kannst du uns bitte zeigen vielleicht gibt es auch so luxuriöse sache appartements häuser und so weiter kein problem ich mache das in diesem video wir haben eine gelegenheit unsere bekannten will ein appartement also ein luxus appartement verkaufen und wirklich zu einem sehr guten preis toplage in asunción über 200 quadratmeter groß luxus pur mit swimming pool mit grill und wirklich eine top lage also nicht an der hauptstraße seitenstraße falls ihr interesse habt bleibt einfach rein und schaut sich das wieder an okay so 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 ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja bitte kontakt aufnehmen ja am besten anrufen oder einfach halt links wie immer gebe ich unsere kontaktdaten per e mail auch per telefon oder whatsapp falls sie andere appartements brauchen etwas kleinere vielleicht doch etwas größere oder andere art von immobilien sucht am besten immer bescheid geben da stehe ich euch gerne selbstverständlich zur verfügung einfach schreiben würde mich auch interessieren was sucht ihr welche art von immobilien lieber eine stadtwohnung ein appartement oder lieber aufs land ziehen bitte die kommentare am besten unten unter dem video ok bis dann macht's gut aus paraguay vielleicht bis zum nächsten mal sehen wir aus bei uns hier in paraguay ok dann bis dann ciao ciao ok dann bis 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 Vielen Dank.